entering hall of maim warum auch immer dieses level so heißt 41 gegner okay wir sind wieder beim vorherigen trend hier erstmal einen rucksack hier ein lift nach unten auf der anderen seite nix aha und da geht es dann halt irgendwie noch hoch mit secret und so naja es sieht schon cool aus muss man sagen ich meine generell so ich sag mal festungen mit imposantem eingang und so die haben schon immer was gehabt alter bin ich gut zack hier haben wir das erste secret oh aha jetzt mal gucken das zweite auch direkt secret im secret so den rest möchte ich dann hier mit der normalen schrotflinte einfach nur weil hier liegt dann zack geht's jetzt zurück und schauen uns einfach mal auf der anderen seite genauso um vielleicht ist da ja direkt schon das nächste secret aber das bezweifle ich das wäre zu einfach kein problem kein problem zack 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 Aha! Armor-Bonus. Also jetzt läuft sie mit den Secrets. Das ist ungewohnt. Das passiert nicht oft. Oh nein, er leidet. Erlöst ihn doch. Oder soll ich? Ich bin darin gut. Tatsächlich erlöse ich in diesem Spiel immer ziemlich viel. Hier, erlöst. Und noch mal ein erlöst. Seht ihr, ich bin echt gut drin. Soll ich das mit dem auch machen? Das geht leider noch nicht. Hatten wir nicht irgendwo noch Dingsliegen? Einen Medikits? Ich weiß es nicht. Hey! Woher kommen sie, Sir? Also echt. Immer dieses Anschleichen. Keine Ehre haben die im Leib, diese... dieser Dämonen. Keine Ehre. Immer nur anschleichen. Das können sie ja ja. Und der da unten. Keine Ahnung, was ich mit dem anstelle. Der kommt jetzt wahrscheinlich hier gleich hochgefahren, oder? Ah, hier haben wir sogar Medi. Nice. Dann... Servus! Zack, 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 zack. Munition voll. Gehen wir jetzt hier noch oben. Und das soll funktionieren gegen mich. Ihr beleidigt mich damit, ihr Dämonen. ist aber auch schon das einzige bisschen an Schaden, welches welchen ihr anrichtet. Jetzt mal gucken. Wir müssen da bestimmt irgendwie... Ich seh' paar interessante Dinge. Egal, ich geh jetzt erst mal da hin. zack. Zack. Das erinnert mich jetzt natürlich an E1, äh, äh, M9. Äh, lol. Hab ich mir erst mal den Kopf angeschlagen. Na, dankeschön. Immer noch schlimmer als... Oh. Eeeh. Cool. Äh, nein. Ach, verdammt. Sehr gut. Nee, geh noch mal da hin. Ach, wir haben nur eine einzige Chance. Da irgendwas mitzunehmen, oder... Ah, nee. Ich dachte schon. Nur dahin kommt man wahrscheinlich nicht mehr. Ich mein... Ist jetzt nicht so tragisch. Man kommt halt nicht mehr hin. Ach, die rote werden wir auch noch brauchen, okay. Okay, genau. Hier können wir jetzt nämlich... ...hier hinspringen. Haha. Das hab ich nämlich auch schon gesehen gehabt, und... ...hatte mir schon denken können, was man machen muss. Dann... ...geht's jetzt hier weiter. Da waren wir vorhin ja schon einmal. Zumindest da oben irgendwo. Ach, das sieht man von hier aus gar nicht. Aha. Interessant. Was? Das ist... ...ein bisschen unlogisch. Der hat die vierte Rakete gefressen gehabt und war noch nicht tot. Was... Was... Warum? Why? Das gefällt mir aber gar nicht. Aha. Wolltest du mich überraschen? Und da müssen wir jetzt praktisch reinspringen. Okay. Dann... ...zack. Wunderbar. Perfekter Statscreen. So verlässt man so ein Level doch gerne. Aber gut. Dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.